Alyssa sitzt vor uns und Kari möchte mal erfahren, ob wir mit ihr uns besser anfreunden können. Ja! Oh, du bist begeistert. Das klingt ja... Was liest du da, oder? Nicht einfach so, wie geht's dir, wie geht's dir? Nee, oder? Ja. Voll cool! Äh, ja, sie liebt uns. Ich würde aber gerne da rein. Was? Ha! Guck dich erstmal noch weiter um. Soll ich die Schlampen nicht anquatschen? Nein. Oh, Entschuldigung, ich hab Schlampen gesagt. Oh, es tut mir leid. Also doch, aber später. Guck mal da, Schmetterflinge! Butterflinge! Was ist denn ein Butterfling? Haha! Geil, ich hab ein neues Wort erfunden. Halt! Springgler! Ein Butterfling! Samuel! Kennen wir den nicht? Ja. Komm, jede Schule brauchst du einen. Oh Gott! Ein Kinderständer! Haha! Wirklich! Oh Gott! X oder B? X oder B? Poster oder du bist beschäftigt? Du siehst beschäftigt aus, heißt im Fall ja gleich wieder los, oder? Ja, was ist mit den Postern? Wie war sie so? Oder gattest du sie? Wie war sie so? Ja. Wie war sie so? Ja. Ach komm, wie war sie so? Wie war sie so? Wie war sie so? Wie war sie so? Ja. Der ist irgendwie strange, aber irgendwie auch cool. Da ist doch auch was dran. Da! Look! Look! Looky look! And there it is! Da! Ja geil! Und gleich noch ne Errungenschaft freigeschaltet. Ah, ich freu mich! Oh, das ist süß! Make art, not war! Gute Einstellung! Oh, guck mal hier die Kamera doch! Der traurige Katie! Oh, was ist los? Wo sind wir doch? Hör doch down! Oh! Mag ich mal? Ne! Noch ein Bin! Ja, okay! Hallo, Zachary! Oh, bitte! Ja! Kann ich mich da? Nein, okay! Ich werde mich nicht in die Laufbahn! Was ist denn mit ihm? Dem anderen willst du nicht da? Der sagt doch das gleiche! Ja, aber angucken! In Zweifel haut er mit dem Footballer an den Kopf! Hey! Logan Robertson! All-American Asshole! Ja, geil! No, Bro! You can't take a picture! You gotta wait till Friday's Game! Du hast gesagt, wir würden alles angucken! Ja, ist ja gut! Hast ja recht! Ui! Kann ich hier? Leiter hoch? Nein, gut! Gut, dann bleiben jetzt nur noch die drei Grazien hier! Hey, Victoria Birch! Und wenn nur eine ansprechbar ist! Oh, shit! There is Victoria and her mean girls! Ich möchte da durch! Ich gehe da drum rum, Mann! It's Max Caulfield! The Selfie-Hull of Blackwell! Oh! Ich komme nicht gleich dahinter! What a lame Gimmick! Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave-hipster-bullshit! Oh, das ist ein bisschen... Oh, das ist ein bisschen... Ich bin da dran, oder? Ich bin da dran, Vektor! Oh... Können wir nicht so einen Sprinkler nehmen und ihr in die Gusche halten? Ich habe den nämlich gerade hier reingehen sehen. Während der Szene. Wow, Wandangst. Ist da jetzt eine Cola oder sowas? Können wir sie mit irgendwas erschlagen? Waterpump. Ja, drüben wir auf! Haha! Und jetzt? Das heißt, wir müssen doch irgendwas mit dem... Wie gern ich den Eimer Victoria auf den Dees kloppen würde. Darum geht es ja auch, denke ich mal. Dann gehen wir nochmal zurück in den Schuppen da. Was machst du? Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie da oben den... Den Haken wegnehmen? Ja. Oder irgendwas... Der ist ja schon wieder da. Du brauchst doch aber irgendwas, um da erstmal ranzukommen, oder nicht? Guck mal, jetzt kann ich hier was machen. Hmm. Hmm. Ein Schuppenbucket neben Victoria. Ich sehe einen Plan. Tempel? Was ist denn Tempel? Tempel? Lalalalala. Ich hab nichts gemacht. Lalalala. Ach, da ist doch der Henkel nicht so richtig ganz. Oh Gott, der arme Samuel. Achso, müssen wir jetzt das Wasser nochmal hochdrehen, oder? Nein, warte mal ab. Ach, Samuel. Ach, weiß ich, wie er sitzt, meinst du? Oder sieht er wieder... Ja. Sieh da wieder soft. Ja, okay. Äh, was? Aber da kommt er doch jetzt schon. Achso, okay. Da muss ich noch weiter zurück, ne? Ist es zum Ende? Dann erst... Und dann schnell nach hinten und das Ding aufdrehen, ne? Während er da dann hierher latscht. Ja. Hi, Samuel. Ich hab nichts vor. Ich geh hier nur. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie look great! In Ordnung. Oh mein Gott, ich hab nichts mehr so richtig gepflogen! Die Arme sind so... Achso, ich bin so gefährlich. Oh mein Gott, ich bin so gefährlich. Blpark! Was? Achso, ich bin gar nicht. Achso... Achso, ich bin gar nicht. Achso. Achso, ich bin gar nicht. So, move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Aber der Arm ist Herr Amiel. So, jetzt müssen wir da irgendwie vorbei. An der Bitch. Äh. Hey, Victoria. What do you want, Max? Äh. 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 Ja, äh. Im Notfall zurückspulen. Aber mach euch mal eins. Wirklich? Einfach mal aus Laune und dann zurückspulen. Okay, komm. Don't. Don't say a word, Max. Hold that pose. Jawoll! Äh. 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 Sorry. Schneller. Hab ich schon. Aber war lustig. Ja. Hey, Victoria. What do you want, Max? Und das wär ich halt, ne? Auch wenn ich die noch so was wie hassen würde. Aber in dem Spiel können wir schon mal. Ich hab mich... Das, ich hab mir jetzt so. Oh, man. Ah, ich hab mir recht. Der ist selke, dass du schon mal in der Bühne. Ich hab mir gew бог. Ich hab ihnen eingeladen. Herr Jefferson gesagt habe... Ich hab dir die Bilder gesehen. Ihr habt einen großen Augen. Richard Avedon. Er ist, hat mich einen. Sie sind meine Heroos. Danke, Max. Schuss! Nee? I'll see you later. Au revoir. Da war nichts lustig. Man konnte gerade unter ihren Rock gucken. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Das Miststück kriegen wir schon noch dran irgendwie. Aber auf dem richtigen Weg. Auf dem korrekten Weg. Pissed! Triff's ganz gut. Aber wir haben sich schon ein bisschen beruhigt. Ja. Ja. HIV und AIDS ist auch nach wie vor in der Realität ein Thema. Leute nutzen Kondome. Jetzt ohne Witz, das ist wichtig. Blackwell ist nicht so groß. Aber es fühlt sich sicher wie ein Labyrinth. Schau. Willkommen in Blackhell. 2.19 müssen wir hin. Ah ja. Wo wohnt denn Victoria? Gegenüber. Ja super. Und die Dana war doch die, wo sie gesagt hat, die ist nett, ne? Diese komische, die aussieht wie ein Cheerleader, aber eigentlich nett ist. Dana Ward. Oh, hier steht was. Young Guns Training. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht. Oh Gott. Das arme Mädel. Vielleicht wäre ich doch Schulpsychologin. Ah, Dana. Sag ich doch. Was war ich hier? Mein Schreibtisch wird nur auf dem Gang. Das macht Sinn. Showers. Gemeinschaftsduschen. Das ist bestimmt nur der Look der Fliesen. Das hat nichts zu sagen, dass sie wirklich dreckig sind. Aber Gemeinschaftsduschen. Horror. Be alert am Campus. Sie sagt gar nichts. Sei immer vorsichtig, wo du bist. Und so weiter. Boah, da wäre ich ja drin. Geek Girls Book Club. Ja. Ja. No Boys. Cool. Danke für die Warnung. Was ist denn hier passiert? Äh, da. Da steht wieder ein Pauline. Bathroom. Poster. Oh Gott. So viel an zu gucken. At least that's an alarm from this century. Nochmal ihr Poster. Das andere guckst du nicht an? Ich bleib jetzt erstmal hier auf der Seite. Hier war nichts zu meinem Book, ne? Da ging irgendwie nix. Slate. Wie schade. Ich habe nichts zu sagen. Ja, manchmal ist es auch besser. Wir könnten was draufschreiben. Was? Wirklich? Auf jeden. Aha, voll cool. Obvious, aber wahr. Oh, Max. Du bist voll talentiert. Oh, Max. Oh, Max. Oh, Max. Aber da fehlt die Beine. Da fehlt zwar nichts. Hm. Nix zum angucken. The Forks. Der neue Film. Ab 1. Mai im Kino. Warren should be all over, Brooke. They're perfect for each other. 314. Pi. 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 Noch ein Poster. What? Safety. But what's this poster really trying to tell me? Das ist dein Planet. Und wenn es darum geht, die Umwelt... Es ist der einzige Planet in Busen. Ja, stimmt. Geil. Noch ein Grund mehr, den Planeten zu retten. Oh, Victoria. Give me a fucking break. Was steht denn da? Be the change you wish to be, Gandhi. Warte mal hier. This is like the public DNA of our dorm. Das sind deine Zettel. Ah, ja. Ah, stimmt. Genau. 24 Stunden Hotline. Ruft mich an. And we will listen because we care. Yeah. Yeah. Ich werde immer für euch da sein. Was? Meat is still murder. Ach, die Vegetariervereinigung. Klar, die muss es ja auch geben. The Blackwell Vegan Club sogar... Veggie. Put luck. At every meeting, every wets. Bleh. 5 Uhr am Nachmittag in der Studentenlounge. Girls' Night out Halloweeny. Scream Along. Nightmare before Christmas. Oktober der 16. Die steht ja nur Stream Along, aber... Hm? We'll bang for Jesus. Ok, this is just mean and stupid. Erstmal alles verändern. Ja! Sehr gut. Oh, war das jetzt gut oder nicht? Ja, es war gut. The universal symbol for... Please leave me alone, asshole. Hm. Wie ist denn die Türwarten das? Egal. They live. Yay! Don't be zombie. Don't let life flash you by. Ja, das könnte dann auch von meiner Warte aus sein. Leute, geht auch mal vor die Tür. No balls alone. Haha. Why not? Wieso? Ist doch hübsch so wie es ist. Hm, man muss nicht immer alles bearbeiten. Look. Read this week's edition of the Blackwell Totem. Seriously? Who cares? As if. Ja, genau. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Kann man das ändern? Nein. Schon leider nicht. Hab ich auch gerade überlegt. Malo, das war's mal Spaß. Hatten wir das hier schon? Ja, High for Aids und so weiter. High for Aids, ja. Aber kann man nicht oft genug sagen, heute benutzt Kondome? So. And now. This session is over. Ja. Genau. Und wir schauen in unseren Ruhm. Ruhm. Ist schwierig so halb halb. Wir machen hier Schluss. Ja. Besser ist es. Und in der nächsten Folge, genau, guckt sich Jule und Max mit Max zusammen unseren Raum an. Also bis zur nächsten Folge. Lisa.